Hallo treue Aure Nigra-Nation, willkommen auf den Notiziasp 09 Borussia Dortmund Kanal. Heute werden wir enthüllen, was der Spieler Karim Adeyemi kürzlich in einem Interview gesagt hat. Aber zuerst abonnieren Sie jetzt den Kanal, teilen Sie das Video und schalten Sie Ihre Benachrichtigungen ein, damit Sie keine Updates verpassen, hinterlassen Sie Ihr Like und erfahren Sie als erster von Neuigkeiten von unserem lieben Borussia Dortmund in der Marke der Exklusivität. Kommen wir also zum Video. Das Rennen um den Bundesliga-Titel wird immer spannender und das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München an diesem Wochenende verspricht elektrisierend zu werden. Karim Adeyemi arbeitet hart daran, rechtzeitig für dieses wichtige Duell wieder voll fit zu werden und könnte vor einer großartigen Rückkehr ins Geschehen stehen. Adeyemi hat kürzlich in einem Interview deutlich gemacht, dass es sein Ziel ist, mit dem BVB die Meisterschaft zu gewinnen und dass er seinen Teamkollegen voll und ganz zutraut, dieses Ziel zu erreichen. Er war in dieser Saison einer der besten Spieler des Teams und erzielte mehrere wichtige Tore, bevor er sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Aber jetzt fühlt er sich bereit, im Angriff der Borussia etwas zu bewegen. Für Adeyemi ist die körperliche und mentale Vorbereitung der Schlüssel, um auf einem so hohen Niveau wie der Bundesliga konstant und überzeugend zu spielen. Er hat mental hart gearbeitet, um sich auf jedes Spiel vorzubereiten, und es hat einen großen Unterschied in seiner Leistung und Genesung gemacht. Mit der Leidenschaft und Inspiration von Karim Adeyemi hat Borussia Dortmund das Zeug, in dieser Saison Bundesligameister zu werden. Also treue Aubinigros-Fans, lasst uns gemeinsam die Genesung unseres talentierten Adeyemi verfolgen und hoffen, dass er im Kampf gegen unseren größten Rivalen zurückkehrt. Also, damit ihr keine Neuigkeiten verpasst, bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren, ein Like da zu lassen und dieses Video zu teilen, damit wir in diesem Endspot der Meisterschaft eine positive Kette bilden können. Danke bis bald!